Ja, zurück zum Menü. So, 163. Ja, kann man ja richtig spielen mit anfangen. Dann würde ich mal sagen, fahren wir einfach mal die Strecke hier. Ist mir jetzt auch egal. Fahren wir einfach mal alle durch. Danach fahren wir wieder die Waldstrecke am Anfang, würde ich sagen. Weil die müssen wir auch irgendwann besiegt kriegen. Adrenalin. Oder wie die Band auch heißt. Ist mir eigentlich Latte. Man hört gar nichts, oder? Hört man was von Musik? Ich nicht. Hallo, Jungs, singt mal was lauter. Man hört euch nicht. Dankeschön. So, hier. Ein bisschen mehr Gas geben. Dann fahren wir einfach mal auf den drauf. So, hier. Ne? Sparen wir uns Parkkosten, wenn wir einfach auf einem anderen Auto drauf parken. Kann man mal, also wenn ihr irgendwo parken wollt, mit eurem Roller oder, ne? Oder wenn ihr Auto fahrt, schon ein Auto. Dann fahrt ihr einfach auf und an das Auto drauf. Also wenn ihr gerade ein Lkw mit Ladefläche steht. Oder wie eben schon angesprochen, eine Trabi. Oder wenn ein anderes Zweirad gefährt, also ein Fahrrad oder ein Roller oder was auch immer. einfach euer Fahrzeug drauf stellen. Dann braucht ihr nämlich keinen neuen Fahrplatz. Und, äh, ihr spart euch die Parkkosten. Und ihr spart euch, ähm, sonst noch irgendwelche Nebenkosten, die es gar nicht gibt. Und, äh, der andere hat auch einen Vorteil. Weil, wenn es regnet, dann wird sein Auto nicht nass. Zum Beispiel. Oder wenn ihr ein Fahrrad habt. Und, weißt du, ihr parkt euer Fahrrad irgendwo. Und dann kommt er wieder und es ist nass, weil es geregnet ist. Ist ja scheiße. Ein bisschen, ne? Oder ein Roller. Ist da so eine große Sitzbank. Da müsst ihr erstmal den, ne? Abwischen. Wenn ihr dann ein anderes Auto drauf parkt, dann passiert das einfach nicht, ne? Also wenn ihr das nächste Mal irgendwo parkt, parkt einfach woanders drauf. Oder parkt irgendwo drunter. Das geht schon in Ordnung. Da hat keiner was gegen. Ähm, ja. Ja. Das ist, ähm, mein Beitrag zur Verbesserung der Welt. Bitteschön. Ich hoffe mal, ich kann das hier auch so schneiden, dass das irgendwelche, irgendwie sinnvolle Folgen ergeben. Also nicht, dass man mitten im Rennen auf einmal so einen Cut hat und dann fängt die nächste Folge an. Das wäre ja irgendwie ein bisschen, ein bisschen kacke. Ich muss mir mal andere, also ich habe noch kein einziges Autorennspiel LP angeguckt auf YouTube. Sollte ich mir aber vielleicht angucken, wie die das machen. Und dann orientiere ich mich ein bisschen daran. Also im Endeffekt klaue ich das dann und sage, das war ich, das war meine Idee und ihr habt das geklaut. Und, äh, ja. So, nicht mal freundlich und nett, so macht man das. So, ich denke, wir sind gerade Ärzter geworden. Kann das sein? Kann das sein? Ja. Ich glaube, das kann sein. So. Da ist aber jemand einmal schön über den Fuß gefahren, so wie der gerade gebrüllt hat. Und, ähm, 1295. Tunen wir doch nochmal ein bisschen. Auspüffi. Aufhängung haben wir noch nicht. Reifen haben wir auch noch keine. Wir sind gerade die ganze Zeit ohne Reifen gefahren. Chassis auch noch. So, ich denke mal, Reifen können wir uns auch die größeren leisten. Chassis ist noch nicht. Escape-Knopf versuchen da, so. Der kostet 300. Ja, können wir uns fast leisten. So, der kostet 500. Dann holen wir uns einfach den da, so, zack. Und da haben wir doch schon mal ein bisschen getunt. Ähm, was ist das denn hier eigentlich? Dann gehen wir uns einfach die Nachfolge. Ach so! Long Jump. High Jump. Hm. Das kenne ich, glaube ich, nur aus Flat-Out 2. Und folg, ne. Das werde ich doch gleich mal ausprobieren. Mit Automatik. Total scheiße. Ne, wie man gerade sieht. Ich fahr' hier gerade. So. Was muss ich machen? Ach so, so geht das also. So, dann fährt man über sein eigenes Männchen und schiebt sein Auto danach direkt in die Schrottpresse da unten rein. Sehr gut. Wieder Wohnung ansehen. Na gut, warte ich mal eben fortsetzen. Ja, irgendwie, ich will ja nichts sagen, aber der fliegt nicht so hoch, kann das sein? Irgendwie ist das kacki. Ja komm, einen Versuch haben wir noch. Umso höher ich das Ding mache, umso tiefer fliegt der Lappen. Und vor allem, er fliegt ja auch wie ein Lappen. Und ich habe manchmal die Kartons erreicht jetzt. Das macht mich aber jetzt gerade ein bisschen böse. Event fortsetzen. Sehr schön. Sehr schön. Erneut versuchen. Jetzt will ich mal gerade was ausprobieren. Ach, es gibt, ach wie schön, es gibt Standgas. Aber ein realistisch gehaltenes Spiel, das finde ich aber gut. Gut, ich gebe jetzt gerade kein Gas, das ist ja der Witz da dran. Aber gut, jetzt gibt es keinen Standgas, ich weiß nicht, ob das in echt gibt. Ich kenne mich nicht auch mit Autos, wie gesagt. Fahren wir doch direkt mal einen zweiten an. Okay, also wenn ich mal ein ganz kurzes bisschen drücke, dann rutscht der auch direkt mit dem Gesicht. Hier rüber landet aber auch hinten im Karton, was uns nichts bringt, weil das wird nicht mitgezählt, wie weit der rutscht, dann nur da, wo der mit dem Gesicht aufkommt. Beziehungsweise halt mit dem, mit dem Körperteil. Ja toll, schon wieder vergessen, um lange zu drücken. Immerhin 51 Meter. Und noch ein Karton geküsst. Siehst du mal. Ich glaube, am höchsten fliegt man, wenn man das halb trifft. Kann ich sagen? Ich probiere es jetzt mal aus. Wenn ich es nicht so blöd dafür bin. Wenn ich es nicht so blöde dafür bin, dann schau mir das mal schwach in der Welt. Okay. Ungefähr das, was ich meinte. Aber ich dachte, es geht auch ein bisschen höher. Zurück zum Menü. Versuchen wir da mal. Vielleicht was anderes. Zum Rennen ein Bonus. Was gibt es denn sonst noch? High Jump. Demolistischen Arena. Und Circle of Eight. Dann, sag ich mal, fahren wir mal das hier. Das ist soweit ich mich erinnern kann. Das sogenannte Derby. Also gegen jeden, der als letzter überlebt hat gewonnen. Also hier geht es um das Kaputtfahren hier. Wenn ihr Bescheid wisst. Schön. Nicht, dass ihr denkt, ich war jetzt hier idiotisch. Das mache ich gerade gar nicht. Das habt ihr mal gesehen. Ich gebe mir Mühe. Und mein... Achso, da ist so ein roter Balken. Da steht Damage. Und kann das sein, dass das nach oben geht und nach unten? Ich weiß, dass es gerade gar nicht ist. Es ist ja blöd, dass hier dieser Gui nicht da ist, wo angezeigt wird, wer die anderen sind und sowas. Ich gucke hier mal im zweiten. Ich glaube, ich bin gleich im Arsch. Damage ist ganz oben. Oder ist es Nitro? Nein, es ist nicht Nitro. Okay. Fahr ich mal hier in den knappen Kollegen hier rein. Okay. Das ging sehr schnell. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. So lustig ist das ja doch nicht. Meine Festplatte macht gerade Geräusche. Ein bisschen hier den Rechner treten. Dann hört... Super. Dann wird die noch lauter. So. Ja. Ähm. Bei den Billigfestplatten muss man mal Ruhe Gewalt anwenden, damit die auch das machen, was man will. Also sobald ich irgendeine Datei da ändern will, muss ich einfach mal gegentreten, damit ich die Datei, also damit ich Berechtigung habe, die Datei zu ändern. Ne? Das ist so ein Trittbefehl. Das ist so bei den neuen Festplatten, bei den Billigen. Das ist da so einkonfiguriert, dass man da einfach mal gegentreten muss. So. Wir sind hier jetzt auf so einem Rennen, wo man die ganze Zeit einfach nur im Kreis fährt oder so was. Oder so eine 8. Ich fährt mal hier so eine 8. Ja, ich fährt glaube ich eher so eine 8. Und das Lustige ist dann, dass sich die Bahnen in der Mitte kreuzen, wie das halt bei einer 8 ist. Und dadurch sind halt die, die weiter hinten sind und die, die weiter vorne sind, kommt es dann fachwörtlich gesagt zu einer Kollision oder sowas. Und dann batschen die hier in der Mitte alle gegeneinander. Also wenn die Entfernung zwischen dem ersten und dem letzten oder halt zwischen den Autos etwas größer ist. Dass die sich dann ab und zu mal in der Mitte treffen. Das ist jetzt gerade noch nicht der Fall leider. Ja, dann treffen die sich halt in der Mitte und fliegen dann so in sich rein. Das ist sehr episch. Das geht glaube ich ein bisschen ausgetrieben, wenn man die ganze Zeit so hoch, runter, hoch, runter schaltet, weil man hier die ganze Zeit zu Kurven fährt und irgendwie nicht aus dem Kleck vorte kommt. Das Spiel hängt ein bisschen. Aber nicht gut, wenn ich das nachher abkratze und dann sind unsere ganzen großen Erfolge, die wir hier schon eingeheimst haben, sind schon verloren. Das wäre ja echt schade drum. Ne, also das, wie lange nehme ich hier schon auf? Ich sehe es gerade nicht. Bis 48 Minuten. Ja, also bald eine Stunde nach dem nächsten Rennen wahrscheinlich. Und dann denke ich auch, sollte es gut sein. Da muss ich schauen, wie ich das schneide und alles. Ne, mache ich 10 Minuten folgen, 15 Minuten folgen. Die kennt man ja von gewissen anderen Let's Playern, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen hier. Ähm, diese Zeitprobleme halt. Wie lange, wie ist das am besten? Vielleicht mache ich es einfach so, dass die unterschiedlich lang sind, sodass immer so eine Folge, so ein Rennen ist. Wieso überhole mich jetzt halt? Ich bin zu langsam. Vielleicht drehe ich zu viel und dann wird der Motor langsamer. Ähm. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen Gummi hier. Ja, ähm. Ja, so mache ich das jedenfalls. Also, wisst ihr Bescheid. Blablabla und so. Oh, ist schon zu Ende. Okay. Fünfter ist jetzt nicht so episch. Ja, Harper. Und ich bin es glaube ich schon ein Dinosaurier. Wenn du bist, wahrscheinlichках bin ich nicht. Und du bist das Dinosaurier. Ja, das ist doch das auch ein Dinosaurier. Ja, du bist. Und du bist. Vielen Dank.